Und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, das machen wir. Ich habe dann so gefragt, was seid ihr denn in die Hauskreisgemeinde? Ich habe von Gemeinde gesprochen, da meinte sie, nee, das ist mir zu anspruchsvoll, das macht irgendwie zu viel Druck, haben wir irgendwie Angst vor. Vicky meinte so, ja, Jesusfreaks, das ist für uns erstmal so Gemeinde sein, dass wir hier in der Stadt sind, unser Jesusfreaks Leben hier in der Stadt leben und die Identität irgendwie hier leben, unabhängig von irgendeiner Gemeindestruktur. Was echt geil und echt besonders ist, die Jesusfreaks Weimar haben in einer Flüchtlingsausstellung von dem Aussteller einen Raum zur Verfügung bekommen, wo sie einen Gebetsraum einrichten durften. Das habe ich auch noch nie gehört. Echt Hammer-Geschichte. Die sind irgendwie gefragt worden, haben da so hier die Ecke, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Und dann haben sie sich da den Raum besucht, haben sie da so eine Ecke eingerichtet, wo die Leute in Gebete an so eine Binnbank kleben können. Und haben da auch, das habe ich jetzt nicht gut fotografiert, so eine Gebetsbank und so eine Kerze. Und das ist echt coole Sachen, die gehen da hinterher, machen da neue Flyer rein, räumen den Raum auf. Und das ist so eine ihrer Projekte, die sie für Jesus in Weimar an den Start gebracht haben. Dann feiern die in einem Soli-Café ihre Abhängabende. Das ist also ein normales weltliches Café, aber halt mit diesem Soli-Konzept. Das heißt, du kannst dir die Träcke nehmen und so viel Geld geben, wie du denkst, es richtig ist, für dieses Getränk zu gehen. Und in diesem Soli-Café, viele Leute, aber auch Flüchtlinge, die irgendwie auf ganz Neues zu Weimar gekommen sind. Und die Leute, die dann halt da sind und der Abhängabend stattfindet, müssen dann zwangsweise auf sich dann da die Predigt geben. Sonst müssen sie den Raum verlassen und das tun die meisten nicht. So hatten wir dann tatsächlich einige Tüze für zweimal bei uns, bei den So-Gottesdienst. Aber auch viele Leute in der Ecke saßen, die wirklich von Tuten und Lachen und Jubel und Gott und Glaube überhaupt null Erinnerung hatten. Und ich sollte dann erstmal eine Lesung machen aus meiner Lebensgeschichte Jesus Freaks, wo ja auch die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Jesus Freaks drinsteht. Und das war echt toll, mir hat das echt Spaß gemacht. Und danach gab es sehr, sehr viele gute, intensive Gespräche, auch Gebete mit den Flüchtlingen, mit so einem linken lesbischen Studentenpaar, die da saßen, die mir echt lächernbar aufgesagt haben, über Glaube, über Gott, über Jesus und auch natürlich über sexuelle Orientierung und was Gott hat zu denken, was jemand hat zu denken. Wir hatten wirklich ein sehr, sehr cooles, intensives Gespräch. Also dieses Ding, Brücke sein, was Jesus Freaks ja irgendwie auch immer ein Konzept hat, die reden das echt. Die sind ja wirklich in diesem Soli-Café voll integriert. Niki und Robin haben vorher richtig cool so Sing-and-Thomwriter-Lobpreis gemacht, sag ich mal, mit Akustik-Klampfe und einiger mitgesungen. Und das hat den Abend um den Mund eingeleitet und auch gut abgerundet. Und ja, was auch für mich überraschend war, vorher gab es irgendwie so ein Raden-Interview, meinte Köln, ja, hier ist die Universität und Sendung, die wollen mit dir quatschen. Und dann stand ich da plötzlich in so einer komischen Kabine und da hat er mich irgendwie über Gisflicks gebracht und so. Aber das war irgendwie auch so ein nettes Ding. Ja, wofür kann man beten, wenn man für Gisflicks zweimal betet, habe ich die beiden auch gefragt. Und eigentlich gibt es da nur ein Ding, was sie echt sich wünschen. Und das ist ja, dass neue Leute dazukommen, dass Weimar eigentlich auch eine Studentenstadt ist, wie in der Uni und in der Fachschule, dass die Leute davon in die Inspektion, dass neue Leute sich bekehren, dass neue Leute in der Gruppe dazukommen, das wünschen sie sich sehr. Und ja, und für Vicky und Phil will sie, dass sie noch eine ganz klare Berufung bekommen von Gott, dass sie eine ganz klare Ansage von Gott bekommen, dass das ihr Ding ist, dass Gott das von ihnen möchte, dass sie diese Gruppe leiden. Ja, und ganz ehrlich, ich habe mich auch so ein bisschen verliebt in diese Gruppe und es war für mich auch ein ganz besonderes Ding, da zu sein. Und ich bete auch dafür, dass wir irgendwie Freunde werden und dass wir irgendwie weiter in Kontakt bleiben. Am nächsten Tag gab es dann